Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Aufgewachsen bin ich in Eschweiler, das ist bei Aachen, im Rheinland, ganz im Westen von Deutschland, ja, in Aachen. Und da habe ich meine Kindheit verbracht, bis ich mit 23 endgültig die Stadt verlassen habe, um zum Schauspielstudium zu gehen. Vorher habe ich dann schon auch Auslandsaufenthalte etc. gemacht, aber ich habe 23 Jahre da gelebt mit kleinen Unterbrechungen. Warum Schauspiel? Ja, das frage ich mich manchmal. Auch heute bin ich sehr, sehr glücklich darüber, dass ich Schauspieler geworden bin. Das hat sich durch einen Zufall ergeben. Also ich war in der Schule faul und der Weg des geringsten Widerstandes. Und dann gab es bei uns an der Schule, wo ich war an der Oberschule für die Regelung, wenn man Kunst abwählt, muss man den Literaturkurs belegen, das Schultheater. Und ich habe die Kunstlehrerin einfach überhaupt nicht gemocht. Und dann habe ich gesagt, ja, wählst du ab und dann guckst du mal da, Schultheater, trägst ein paar Kulissen durch die Gegend. Und das war so meine Grundidee. Und dann habe ich, also Rumblödeln habe ich immer gemacht, aber so etwas Ernsthaftes war mir nicht bewusst, dass das irgendwie immer schlummert. Und dann habe ich Faust gespielt. Will ich heute auch nicht mehr sehen, aber mit 19 den Faust. Und da war es für mich geschehen. Dann habe ich ein Praktikum am Theater in Aachen gemacht. Und dann habe ich mich beworben an den Schauspielschulen und dann ging es relativ schnell. Und dann bin ich in Rostock gelandet, an der Hochschule für Musik und Theater. Man lernt seine Schwächen sehr gut kennen, man lernt aber auch seine Stärken sehr gut kennen. Und man reibt sich immer wieder mit einer Figur, die man versucht zu finden, zu entwickeln. Dann klappt es mal besser, mal weniger gut. Und dann, ich mag das mit Menschen, den Umgang, das praktische Arbeiten. Ich bin nicht so ein Theoretiker, mich kann man nicht so gut an den Schreibtisch setzen und so. Und ich finde es super, wenn man das zusammen dann schafft, mit dem Regisseur, mit den Partnern zusammen, da was zu entwickeln. Und ja, deswegen, also das Erfinden von einer Persönlichkeit, die, also ich fülle es ja immer mit meiner Persönlichkeit, das geht ja gar nicht anders. Ich kann ja nicht irgendwie eine Rolle spielen, in der nicht viel von mir drin ist. Da muss ja irgendwie viel von mir drin sein, aber das geht es ja nicht. Aber dann was sich zu erspielen, was einem eigentlich fremd ist, zu sich zu holen, das finde ich toll. Nach dem Studium habe ich ganz klassisch nur Theater gespielt. Ich konnte mir auch erst mal gar nichts anderes vorstellen. Ich kam ja so von Rostock zu einer ganz klassischen Theaterschmiede und wir hatten nur ganz wenig Kontakt mit Film. Wir haben einen kurzen Filmworkshop gemacht, das war es. Und dann habe ich erst mal drei Jahre lang Festtheater gespielt in Augsburg. Rauf, runter, kleine Bühne, große Bühne, alles dabei. Hauptrollen, Nebenrollen, alles Musical, beziehungsweise Operette, da war wirklich alles dabei. Liederabende. Und dann, dadurch, dass meine Mutter sehr, sehr krank geworden ist, hatte ich damals die Möglichkeit, ans Staatstheater nach Mainz zu gehen. Also es war noch nicht hundertprozentig fix, aber es sah sehr gut aus und ich habe dann überlegt und dann ist sie sehr krank geworden. Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt will ich irgendwie erst mal in der Nähe von meiner Mutter sein. Und dann hat sich was Großes zum Drehen aufgetan. Dann habe ich eine Hauptrolle in so einer rheinländischen Serie gespielt. Ein Fall für die Anrainer damals. Und dann, ja, dann habe ich viele Drehtage gehabt und Drehen gelernt sozusagen. Drehen auch lieben gelernt, schätzen gelernt. Und dann habe ich seitdem, seit 2010, mehr gedreht als Theater gespielt, aber als Theaterspielen nie aufgehört. Als du den Anruf bekommen hast. Da habe ich mich gefreut, das war wunderbar. Welcher Gedanke ist dir denn als erstes durch den Kopf gegangen? Jetzt musst du reiten lernen. Das war der erste Gedanke. Jetzt musst du reiten lernen und dann organisieren mit unserem Kind, wie wir das machen. Diese Geschichten, sehr pragmatisch. Also ich habe wahnsinnigen Respekt vor dieser Aufgabe. Es wird eine riesen Herausforderung, 67 Mal jeden Abend bis auf Sonntag sozusagen die Kraft aufzubringen, das zu spielen. Ja, da habe ich riesen Respekt vor. Das kann ich ja jetzt auch nicht beurteilen, aber das stelle ich mir schwer vor, dass man diese Frische, diese geistige Frische behält. Die Kraft, Reiten, Kämpfen, Springen, alles viel größer. Ich habe jetzt in den letzten Jahren viel mehr gedreht. Alles klein, alles nah, alles im Kopf, alles in den Augen. Und hier dann im Prinzip alles vergrößert, langsamere, größere Bewegungen, Dinge bewusst vergrößern. Da bin ich sehr froh, dass ich da handwerklich wahnsinnig geschult wurde in meiner Schauspielschule, eben wirklich nichts im Zufall überlassen wurde. Nicht viel Esoterik, sondern wirklich Handwerk, 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 Singen, Tanzen, Sprechen von morgens bis abends. Wiederholbarkeit war immer ein Riesenthema und das, glaube ich, wird mir helfen. Es ist eine historische Figur, die aber keine, also das ist nicht wie Martin Luther, wo es alles aufgeschrieben ist und man weiß die Dinge, sondern es ist ja immer viel Interpretation und durch, ja, der eine hat so erzählt, der andere hat so erzählt. Und ich finde, das ist auch schön. Natürlich gibt es die Dinge, die jeder weiß, dass er an seinen Leuten da vorbeigelaufen ist, ohne Kopf und so, diese ganzen Geschichten. Klar, aber es gab hier schon Störtebecker vor mir und es wird vermutlich wieder welche nach mir geben irgendwann. Und jetzt bin ich dran und jetzt will ich den mit mir füllen, so viel es geht. Und gleichzeitig natürlich die Vorgaben erfüllen, die es da zu erfüllen gibt. Also ich finde es wichtig, dass er eine gute Dynamik hat und dass er irgendwie, er soll ja auch klug sein. Also das ist mir auch wichtig, dass natürlich bei aller Brachialität. Ich finde das gut, wenn das fremd ist, weil dann hat man schon mal automatisch so eine Hürde, über die man rüber muss. Das finde ich eigentlich ganz gut. Dann muss man sich was erspielen. Dann ist es automatisch eine Fremdfigur, ohne dass ich da viel zu tun muss. Gut, in dem Fall, er ist ja schon, er ist ja der Held. Es ist ja jetzt nicht so schwer, sich den Helden anzueignen, als wenn es jetzt eine ganz schlimme Figur wäre, wo man sagt, oh, der hat jetzt wirklich Dinge gemacht, die, aber auch da, ich meine, es gibt Leute, die Nazis spielen oder Kindergänder spielen oder so. Und das stelle ich mir schwerer vor oder anders schwer vor. Das ist eine Herausforderung für mich als Schauspieler, auch gerade die Dinge, die weit von mir weg sind, mir ranzuschaffen. Das finde ich aber auch super. Mich wird es reiten vor eine größere Herausforderung stellen, weil es Neuland ist. Das Sprechen vielleicht da nicht so sehr, keine Ahnung, ich muss es mir angucken. Aber ich bin guter Dinge und will da voller Kraft rein. Ich bin ein totaler Teamplayer, das war schon immer so. Ich bin Mannschaftssportler. Ich hoffe, dass sie mich mit offenen Armen empfangen. Ich habe da ein gutes Gefühl. Bisher war hier jede Begegnung sehr herzlich und ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt. Das ist so eine Chance und so etwas Besonderes, auch eine Ehre für mich, das jetzt zu machen. 8.000 Zuschauer, macht das irgendwas mit dir? Also es ist unvorstellbar. 8.000 Leute ist für mich, das ist ja irgendwie ein Fußballstadion gefühlt. Zwar ein kleines natürlich, aber letztlich ist es für mich sozusagen, ich spiele für 10 Leute genauso intensiv wie für 8.000, würde ich mal sagen. Die Art und Weise, wie man spielt, wie man es transportieren muss, das ist eher das, was man beim Proben herausfinden muss. Wie groß muss es sein, wie klein darf es sein? Wie wenig muss ich denn jetzt eigentlich nur geben, dass es trotzdem noch genug ist, weil wir ja natürlich verstärkt sind, etc. Ja, das ist natürlich, ich denke mal, dass da auch vielleicht mal Zwischenrufe kommen oder so, dass es solche Geschichten gibt, die dann live passieren. Aber ich freue mich da wirklich sehr drauf. Also von mir aus könnte es losgehen.